Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Der neue Holster Yellow Punch ist seit gestern zu kaufen, heute schon bei mir. Ich habe schon ein Köpfchen ohne Mint Shot geraucht, dann habe ich einen Mint Shot dran gemacht. Und was ich herausgefunden habe, das sage ich euch jetzt in diesem Review. Aber erstmal der Kopfbau. So und zu dem kommen wir dann auch direkt. Hier sehen wir die Dose Yellow Punch Punch Edition von Holster, 17,90 Euro, wie wir es kennen. Immer wenn wir einen Kopf bauen, einmal die Dose umrühren. Klar, ich hatte jetzt auch noch den Mint Shot dran, aber solltet ihr immer umrühren, damit sich die Molasse verteilt. Und Stone Hooker Fastball schnappen wir uns, 218 Gramm wiegt das Köpfchen so. Wir drücken Tare und dann können wir gleich nochmal wissen, was wir reingepackt haben. Damit fangen wir an, locker fluffig den Tabak jetzt einfach in den Kopf streichen, bis wir denken, dass die Menge ungefähr passen könnte. Dann schnappen wir uns die Stecherseite von unserer Kombi und verteilen das Ganze noch ein bisschen. Ich versuche nicht zu fest anzudrücken, sondern einfach nur zu verteilen. Da habe ich gemerkt, okay, das war ein bisschen zu viel. Dann machen wir nochmal ein kleines bisschen was raus und dann geht das Verteilen wieder von vorne los. Den Rand mache ich dann immer noch ein bisschen sauber, damit da nichts direkt unter der Smokebox hängt. Tupft das Ganze einem an, damit keine einzelnen Tabakblätter überstehen. Dann innen noch den Rand ein bisschen sauber machen, damit da nichts direkt in die Bowl ballern könnte beim ersten Zug. Den Rand mit einem Zeber abwischen und dann sind wir auch schon durch. Und so sieht dann unser Endergebnis aus. So ist unser Köpfchen gebaut. Locker fluffig, ganz knapp über den Rand. Dann habe ich das Ganze noch gewogen und festgestellt, 19 Gramm Tabak habe ich rein. So, Kopfball im Stone Hooker Fastball Brown. Habt ihr gesehen, das Ganze läuft jetzt auf meiner Mose Breeze 2. Der Yellow Punch. Die neue Sorte von Holster. Diesmal mussten wir nicht so lange drauf warten, nachdem sie angekündigt wurde. Sie ist jetzt schon am Start. Es soll sein, eine Zitrone, aber keine klassische Zitrone. Es sollte definitiv nicht in die Richtung Klostein-Zitrone gehen. Als ich die Dose aufgemacht habe und ihr habt es auch eben schon im Kopfbau gesehen und gehört, ist es erstmal ein bisschen komisch, wenn man sich den Tabak anguckt. Er ist nämlich deutlich dunkler als Holster normal ist. Dunklerer Tabak beim selben Grundtabak weist manchmal darauf hin, dass Vanillearoma benutzt wurde, weil Vanillearoma dunkel ist und somit auch der Tabak dunkler wird. Ob das Ganze stimmt und was ich dann beim Rauchen herausgefunden habe, dazu kommen wir gleich. Kopfbau, wie immer bei Holster, super, super easy. Ich glaube 18 Gramm habe ich rein, ihr habt es eben gesehen. Stone Hooker Fastball, auf jeden Fall ein recht sparsamer Kopf. Immer so um die 20 Gramm, je nachdem wie grob und fein und wie viel Overpack oder Abstand man baut. Aber so roundabout 20 Gramm diesmal sogar nur 18. Tabak-Qualität von Holster ist wie gewohnt, das habt ihr ja eben gesehen. So, wenn wir die Dose aufmachen und da mal dran riechen, beziehungsweise kann ich es jetzt nicht mehr machen, weil jetzt ist ja schon der Minz-Shot dran, aber ich habe ihn vorher ohne Minz-Shot geraucht. Dann hat man eine leckere Zitrone, die man aber noch nicht so kennt. Also es ist irgendwie nicht so die klassische Zitrone. Das war sehr verwirrend beim dran riechen. Da war ich mir echt nicht sicher, wird das jetzt gut oder wird das jetzt schlecht? Und dann hatte ich fast ein bisschen Angst, ihn zu probieren. Habe es natürlich trotzdem gemacht, klar. Und dann habe ich ihn das erste Mal geraucht und beim Anrauchen war ich so, oh mein Gott, das ist wie Lemon Chill oder Lemon Drop von Social. Und zwar ganz früher, als er noch richtig, richtig nice war. Und Lemon Chill, für die Leute, die ihn nicht kennen, war immer ein sehr besonderer Zitrone-Flavor, den man kaum mit anderen Zitronen vergleichen konnte. Und als ich die ersten Züge genommen habe, da war noch nicht richtig die Hitze am Start, die ersten Züge hatte ich unglaubliche Lemon Chill-Flashbacks. Dann kam mehr Hitze. Und mit der Hitze kam so eine nussige, leicht cremige Note mit dazu, die mir das Ganze ein bisschen versaut hat. Nicht super schlimm, aber es war nicht so geil wie am Anfang. Also die ersten Züge waren legendär. Und dann kam diese leicht nussige Note mit dazu, wo ich mir dachte, warum bei einem Zitrone-Flavor diese Note mit dabei haben. Ich kann es verstehen, Holster wollte keine klassische Zitrone rausbringen, also nicht so wie Zitrone halt sonst immer ist, wie man es schon von vielen Herstellern kennt oder kannte, sondern was Eigenes machen. Und dieses eigene war okay. Man kann den definitiv rauchen ohne Shot. Aber für mich war der Game Changer der Shot. Weil diese cremige Note, die ihr da mit drin habt, nehmt ihr mit dem Mint Shot, und ich habe übrigens einen halben Holster Mint Shot jetzt an die ganze Dose, da war ein Küppchen schon raus, also sagen wir 20 Gramm waren schon weg, an 180 Gramm von dem Yellow Punch habe ich dann einen halben Mint Shot dran, also ungefähr 5 Milliliter. Spoiler, man könnte auch ein bisschen weniger dran machen, aber das war ein absoluter Game Changer. Diese, ich denke mal, Vanille oder diese cremige Note, die da mit am Start ist, nimmt man komplett raus. Komplett. Und was ich noch dazu sagen muss, vorher, wenn ihr den Tabak raucht, der Nachgeschmack im Mund war legendär. Und auch das hat mir wieder dicke Flashbacks zu dem Lemon Chill gebracht. Aber, dann kam der Mint Shot dran. Und mit dem Mint Shot war diese, es ist wirklich nur eine leicht cremige Note. Ihr dürft euch den Tabak jetzt definitiv nicht Kuchenteig mäßig vorstellen oder so. Das war schon ein Zitronen-Lemon Chill-Ding, mit so einem Touch unten drunter, der ein bisschen verwirrend war. Übrigens, da ist auch noch Holster Booster mit drin, und das merkt man, gerade wenn man den mit Kontakt raucht, so wie ich mit einem Funnel, mit einer Smokebox, und dann auf Kontakt, merkt man definitiv, dass da Holster Booster mit drin ist. Das heißt, man hat so ein kaltes Gefühl im Mund, nachdem man ausgeatmet hat. Und dann der Mint Shot dazu, der halbe, der ist wirklich sehr gut kalt. Also ich würde euch empfehlen, nicht mehr als einen halben Mint Shot an einen Yellow Punch dran zu machen. Aber ich würde euch unbedingt empfehlen, einen Mint Shot an den Yellow Punch zu packen. Ohne den Mint Shot hätte ich dem Tabak vielleicht so 6 von 10 Sternen gegeben oder so, wenn man eine Bewertung machen würde. Mit dem Mint Shot ist das easy, einen 9 von 10. Also der Mint Shot ist bei dem Ding so wichtig, finde ich. Das muss ich einfach noch x-mal betonen. Der Mint Shot muss für mich an diesen Tabak. Ganz klares Ding. Und dann ist es wirklich ein hervorragender Zitrone-Minze. Aber kein klassischer, sondern eher so in die Richtung von Lemon Chill, Lemon Drop, diese Lemon Flavor, die man da früher von Social schon kannte. Ich denke, viele von euch kennen die noch, und viele von euch werden die bestimmt genauso geliebt haben, wie ich damals. Und jetzt haben wir das Ganze von Holster und nicht für 98 Euro pro 5 Gramm wie bei Social Smoke, sondern eben für 17,90 Euro auf 200 Gramm. Und das ist sehr, sehr nice. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung. Ich habe eben die ganze Zeit geredet. Wir wollen ja auch das Ding ein bisschen rauchen. Ihr seht die Rauchentwicklung brachial, wie man das von Holster und vielen anderen Marken mittlerweile gewohnt ist. Der muss sich da auf jeden Fall nicht verstecken. So, Fazit. Holster Yellow Punch. Ohne den Mint Shot etwas verwirrend, weil diese leicht cremige, nussige, leicht bittere Note im Hintergrund rauskommt, je mehr Hitze man ihm gibt, packt man den Mint Shot dran, nimmt man diese Note komplett raus. Und es ist einfach nur ein brutaler Zitrone-Minze in die Fresse. Und immer noch relativ nah an dem Lemon Chill und Lemon Drop von Social früher. Ich mag ihn sehr gerne. Ich werde ihn aber definitiv nur mit dem Mint Shot rauchen. Falls ihr den habt, falls ihr ihn bestellt habt, ich würde euch empfehlen, packt den Mint Shot dran. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr das Ding probiert habt, wie ihr ihn findet. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.